Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Handschuh Don. Diesmal wieder im Modus Seelenüberlebender. Soul Survivor. Ich hätte gar nichts für bzw. gegen den. Ich höre mir gerade mal auf. So weit außerhalb, da hinten in der Hütte. Naja, auf der Brücke. So weit außerhalb. So weit außerhalb. Oh. Okay. Eigentlich hätte ich in eine Richtung laufen müssen. Hier unten in Preston Oil zum Beispiel hätte es ja dann zumindest die Chance gegeben, dass man da zwei Risse vernünftet. Ich kann mal kurz überlegen, wie das hier heißt. Ich habe uns ein Messer weggeworfen. Ich kann mal kurz überlegen. Man, man, man. Hmm. Ich kann mal kurz überlegen. Okay, das waren dann wahrscheinlich die Hunde. Okay. Ich kann mal kurz überlegen. 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 Was ist das? Das ist außerhalb. Das ist außerhalb. Nicht außerhalb, jetzt ist er da in der Hütte. Das ist außerhalb 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 der Hütte. Das ist außerhalb. Das ist außerhalb der Hütte. 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 Das ist außerhalb der Hütte.